Siehe hier? Ich will so auch nur eine. Tja, gibt's nicht. Ihr seid also die Schmerzgarde, weil ihr Schmerzen habt. Naja, vielleicht haben die alle auch nur so eine komische Säge, weil sie eigentlich sonst umkippen würden, halt, äh, gleichgewichtig halten würden. Oh, ich glaube, ich hab gerade alle Dorfbewohner gekillt. Nö, du hast sie gerettet. Echt, ich hab den Ding nur gespielt und alle sind umgefallen und gestorben. Hier, komm. Naja, hier hast du gerettet, dass ihre Seele nicht mein, jetzt zackt wird, wenn du es so nimmst. Ach so. Das wollte ich doch gar nicht. So, wann. Waddes. Platsch. Verduner. Boah, je, je, Notrationen. Also typisch sammeln wieder. Ja, was ist, größen halt jetzt hier sammeln. Kürbisse. Ja, geht gut ab. Ja. Das Fält hier sieht auf jeden Fall noch sehr gesund aus. Also ich würde auf jeden Fall diesen Kürbis essen. Ja, schön nahehaft, ne? So zwischen den... Zwischen faulig im Abgang und... Richtig. Man kann es sich natürlich auch schwerer machen, als man es mal ruhig auf den Kürbis, den der von Gegner bewacht wird, ne? Ja, stimmt. Man könnte eigentlich auch das Feld nehmen annehmen, was wahrscheinlich grüner ist. So. Ähm, Moment. KT. Ach so, dann nur hoch. Hui. Ach, schon cooles Gebiet, sieht schlecht geil aus irgendwie, weil man eine Stadt war. Ja. Nicht schlecht. Deswegen, also, fand das eigentlich genial, dachte ich mir auch, kommt Quest, dass das durch... Der Thomas hat ja sowieso nur die Endsequenz, das kurze Drumherum gemacht, da kannst du dir das mal alles hier geben. Ja, es gibt es mir im Endeffekt ja doch. Ja. Äh, so, äh, ich glaube hier rein oder so. Ja. On the right way. Ein Lager. Yay. Portal gespeichert. Ich schaue mir mal an, wie das Lager aufgebaut ist. Tolles Lager. Ja. Kann man nicht mal ein Lager nennen. Naja, doch. Wir haben jetzt Zeit zum Übernachten. Alle gemeinsam. Mhm. Wer weiß, was sie da so schön ist, treiben in ihrer Freizeit. Hungriger Eisbär, fressen und gefressen werden. Oh, die haben. Arschteine. Ja, schon eine ganze Weile. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann, weil... Weil weiß er nie, ne? Bringt alles Geld. Hungriger Schneelübe. Er hatte Hunger. So, fetsch. Fetsch. Jetzt geht's ins große Basislager da hoch. Ja. Na, mei. Platsch. Platsch. Das Wasser müsste eigentlich auch weiskalt sein bei der Gegend. Ja. Hier fällt Schnee, wa? Kann auch Asche sein, so Silent Hill Style. Man weiß es nicht. Könnte. Aber er, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, da müsste man in der Nähe von einem Vulkan oder so sein. Rabi Toni. Hi. Keiner will mit Rabi Toni reden, nur wer stirbt. Ist das gemein. Tja. Muss ich wieder machen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So, ich soll Spuren sammeln und... Ach, irgendwas. Ja. Einfach mal. Oh, Bäume. Kann es sein, dass sich diese, ähm, Energie, je nach Gegner entlädt, weil, äh, ich prüge mich jetzt hier schon die ganze Zeit durch Celsior und musst du nicht einmal essen. Mmh, ja. Also ich hab halt auch eine ganze Weile gebraucht, äh, bis sie mir gesagt haben, jo, das reicht, du brauchst nicht mehr. Ich glaube, es liegt mit an den Gegner, oder dass man... man sich da bestimmt irgendwie... ...entpowert. Bestimmt. So, dann ist der nächste Hinweis. Ich geh mal Hinweise sammeln. Mach das. Da, 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 da. Ein Schwert. Hast mich grad gestört. Hat er. Wird er bereuen. So, Magieverband, zweiter Hinweis fertig, denn der 13. Äh, äh, der letzte Saison guter hinten. Da, 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 da. Und dann ist er auch noch ein Quest-Gegner. Eine neue Quest bekommen. Äh, ja. Ach ja, Coop. Aber es Frostodem. Da können wir eigentlich mal mitnehmen. Mal, mal, mal. Coop, wir machen. Wie gesagt. Ich war dann hier, hatte hier so eine fette Spinnerm-Halte, sagte mir, hau ab, du ekliges Fies. Ich muss noch irgendwas töten hinter mir, eins, das und Trio noch. Und dann muss ich noch... So, ist hin. Hm, Minzeis. Ne, was war das? Grün-Deer-Eis. Noch besser. Äh, kann ich nix anfangen zur Zeit, hab ich nur keins mehr. So, Moment. Jetzt können wir den Odem erstmal umhauen. Da vorne ist er doch, wa? Ja. Ah, der kann, kann nix. Der kann er auch nix. Ach ja, das alte Lied wie irgendwie. Ja. Das ist dein ewig Leid. Ja. Da kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ja. Dann ist aber komischerweise mit jeder, ja, weil Mütterin, Mitläuferin, mit der du unterwegs bist, alle haben sie die Agro. Außer sie sind, äh, außer der andere ist Dingsdorf. Dingsbums, äh, Hüter, oder? Irgendwann war der schlimmste, so, nicht, glaub ich, wir hatten, wir hatten, wir hatten so'n Golem gehabt. Oder irgendwie sowas. Irgend so'n großes Vieh. Ja, dazu war. Wo wir andauernd gestorben sind, immer wieder hingelaufen sind und dann wussten wir, dass der andere überlebt. So lange, bis man wieder da ist. Das war, glaub ich, die Gruppen, meine Gruppenquest. Ja, das kann sein. Die war über, ja. Auf jeden Fall lustig, so Spinnenkirchen, noch. Keiner auch nix dafür. Ich weiß. Aber ich muss sagen, in deinem neuen Ländler, als ich die Spinnen gesehen habe, ich wäre schreitend davon gerannt. Irgendwas muss ich schon wieder mit den Viechern machen? Ah ja, da ist so. Muss jetzt noch anziehen. Der Quest wurde mir nicht in die Oma angezeigt und Quest-Doc, sondern ganz unten. Das ist schlau. Ich weiß, das ist eigentlich zur Zeit irgendwie immer. Ich glaub, das liegt an der Stufe irgendwie. Auf jeden Fall darf ich jetzt noch mal was essen. Hey. Oh. Schön. So, zwei noch. Zwei Spinnchen. Meine Fresse. Wolverine will irgendwas von mir? Ups. Falschen. Egal. Ganz falscher sei nicht. Ich hab's gesehen, der Gegner hatte wirklich so voll die Wolverine-Krallen. Krallen. Ja, ja. Und der andere sieht aus wie Hellsing. Oh, mein Inventar ist voll. Sehr schön. Das ist hier so Anime-Cosplay-Convention. Ja, das geht sehr schnell, sehr voll. Kann ich denn irgendeine Berufsklasse Taschen bauen? Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ich jetzt wüsste, aus dem Stehgreif. Wenn nicht, können uns ja Selina und Co beantworten. Denk ich mal auch. Auf jeden Fall gibt's ja keine Lederverarbeitung oder sowas. Der Juwelschleifer, der baut auch Taschen. Swarovski besetzte Handtaschen. Ja, aber es ist keine Ahnung wie viel Karate. Achso, warte mal, ich muss irgendwas, irgendeine Giftnadel benutzen. Ja. Ah ja, zweimal nur. Stimmt, ich hab hier auch eine ganze Weile ausgerottet. Gift ist nicht stark genug, sie können sich nur wehren. So, ähm, da irgendwo noch oben. Hä? Da muss man wahrscheinlich rumreiten. Von mir aus, Reiterung. Ah ja, ich hab's gefunden. Eins von, keine Ahnung wie viel. What? Ich glaub, du musst zwei oder drei Schalter umlegen. Oh, mein mal falsch. Wann? Ah ja, und den Endschiff musst du auch noch zerstören. Das muss ich erst mal, muss ich, äh, Moment. Ah ja, da, Asmund. Asmund versteckt sich echt auf der Welt. Du verrätst uns noch. Und mit Hilfe musst du auch noch umbringen, stimmt's schon. Freund hinter Gittern. So, jetzt hab ich Schalter umlegen, glaub ich. Ja, du müsstest zwei Quests bekommen haben, oder? Ja, erst mal hier Soldaten killen. Ja, dann mach die, äh, Soldaten. So, erste Quest ist durch. Töte Kommandant. Okay. Dann hab ich noch von denen. Nee, schließ die Quest ab. Musst du den nicht noch looten? Äh, nein, kann ich gar nicht looten. Warte, warte, warte. Kannst du jetzt looten? Nö. Ich brauch noch nichts von denen. Brauchst du hier? Nee, ich muss jetzt hier Hebel umlegen. Ach so, die Hebelgeschichte. Retten. Was ist ne, hä, so das knapp. Soldaten. Wo kommen die her? In diesen Käfigen? Ah, Helena ist auch hier? Nee. Was ist los mit der? Die wird dann da unten führt, wieder freigelassen und füllt, freigelassen und füllt, freigelassen. Eigentlich sollte sie hier sein, ist sie aber nicht. Langsam ist es ein bisschen strange. Das ist fast wie Peach. Ja. Mario, our princess is another castle. Schön, schön, schön. Platsch. Ein noch. Ein noch und ein Helena. Suchen. Danke, du hast dich gerettet. Oh, Helena ist irgendwo da hinten. Hm. Hier. Eigentlich hast du gesagt. Eigentlich, ja. Beeilung, Helena wurde woanders hingebracht. Und zwar da hinten raus, irgendwo. Ist aber gut verbaut hier, ey. Ja. Hat was von einem kleinen Labyrinth. Mhm. Hast du dieses, ähm... Guckst du eigentlich Zelda Breath of the Wild, oder? Ja, natürlich. Hast du das mit diesem Irland gesehen? Ja, das war gegen hart. Das ist ja krasse, ey. Und soweit, ich hab ja... Nicht schlecht. ...bisschen was geleckt, hab bei mir mal kurz laden müssen, mal in den Kommis gelesen. Da soll es wohl noch zwei weitere geben, ne? Echt? Ja. Geil. Das ist geil. Inventar ist voll. Und ich brauch ein Questgegenstand hier. Das gibt's ja wohl nicht. Da, das war Verbände hier, Alter. Verband I. Tschüss. Oh Gott, ey. Verband I. Tschüss. Ist ekelhaft, wenn die sich nicht stacken. Ja. So, was muss ich leider machen? Ich muss jetzt die Schriftrolle lesen, oder... Nö. Okay, ich muss die einfach nur töten, ja. Ich soll den Reporter nicht nehmen und die Typen töten. Warum? Um's für ihn sicherer zu machen. Vielleicht sind sie ganz nett. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Dann müssen wir mal mit dem reden, weißt du? Ach so, du meinst, es könnten hier Ausländer sein und wir verstehen sie nicht. Missverstandene Kreaturen. So. Äh, warte mal. Da hinten ist irgendwie so ein Zeltlager. Zentrale oder irgendwie sowas. Wie weit bist du denn? Bist du eigentlich schon durch jetzt hier? Nö, ich hab jetzt noch, äh, drei oder vier Quests. Hm. Sehr geil, ist das da drin, in dem Bunker? App. Cool. Portal gespeichert. Hallo Bunker-Kinder. Wie geht es dir? Willkommen bei den Rebellen. Odin, segne dich. Levina. Mensch. Gib mir dein Segen. Hä, hä, hä. Äh, was soll man machen? Nimm den Unsichtbarkeitstrank. Akkumfarm erkundet, Akkum erkundet. Ist es das, was sie... Ja, tatsächlich. Wurzeln Unsichtbarkeitstrank, jetzt mal ehrlich. So, in keinem Raum brauchst du dich, kann es doch einfach durchlaufen. Naja, ich muss ihn nehmen. Steht zumindest da. Naja, kannst du aber für den Schuss nehmen. Finde ich, weil da gibt es auch noch was. Kannst du nicht da durchschleichen oder die Mopser töten. Nö, ich laufe jetzt einfach mal. Dann die Akkumfarm erkunden und... Äh, schmerzen. Da, 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 da. So, Anu. Kann man auch reiten? Mh, mit einem Unsichtbarkeitsdrank. Ja, ich kann unsichtbar auf... Ja, gut, schon. Mein Pferd läuft unsichtbar durch die Gegend. Äh, nicht mein Pferd, sondern ich laufe auf meinem Pferd unsichtbar durch die Gegend. Ja. Oh, muss ich jetzt hier rein? Da. Und da ist das unsichtbare Pferd. Äh. Heiz ich mir. Der unsichtbare Reiter. Ja. Juhu. Oh, die hätte ich auch alle umbringen können, nur so, wenn ich kein Problem gehabt. Wie sich hier mal alle verstecken, statt mal zu kämpfen, was ist los? Ich glaube, für alles alleine machen, wirst du? Na, was willst du erwarten, wir große Helden des, äh, ja. Oh, Gruppe, finsterer Marsch. So, na dann. Läuft. Ach, du solltest jetzt die Wächter töten, ne? Oder? Dann muss ich noch irgendwas mit dem Zauberstab machen. Benutzt den Zauberstab. Achso, auf den. Okay, ist ja easy.